Wir fuhren über Nacht nach Islamabad und das war genau in der Nacht, in der der Golfkrieg begann. Das wussten wir damals nicht, aber anscheinend flogen zu dieser Zeit Raketen über uns hinweg. Und dann zogen wir in ein Haus von Teammitgliedern, die es für sicherer hielten, nach Neu-Delhi zu gehen. Wir wohnten also in ihrem Haus. Und ein paar Tage später bekamen wir einen Zettel unter unserer Tür hindurchgeschoben. Darauf stand, wenn ihr nicht sofort geht, werden wir euch töten. Und erschrieben mit dem Blut von Saddam. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht sind ein paar unter euch, die schon vieles geschaut haben. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei. Lass dich überraschen. Wir haben heute hier William Holländer. Und er ist von Open Doors und war jahrelang der Leiter von Open Doors Irak. Und wie es dazu kam und viele andere Geschichten hören wir heute von dir. Ich danke dir, dass du da bist. Vielen Dank. Ich genieße es, hier zu sein. Danke. William, eines, das mich beschäftigt ist. Du bist verheiratet. Und wenn du davon sprichst, ich finde meine Berufung oder ich weiß, wohin Gott mich ruft, dann sind es ja immer zwei Personen, die das betrifft. Deine Frau und dich. Und ist das manchmal schwierig zu sagen, die Frau sagt vielleicht, ich habe den Ruf und der Mann sagt, ich habe den Ruf. Oder ist das immer ganz harmonisch und synchron? Ich wünschte es mir. Es wäre sehr harmonisch, wenn wir beide das gleiche Ziel hätten. Es ist ja oft so, dass Eheleute unterschiedliche Vorstellungen haben. Und bei uns war das auch so. Als wir uns kennenlernten, wollte meine Frau unbedingt mit Muslimen in der Türkei arbeiten. Aber ich wollte nicht in der Türkei leben, weißt du? Ich wollte unbedingt mit Kindern in Russland arbeiten. Mission mit besonderem Schwerpunkt auf Arbeit mit Kindern in Russland. Wir wussten, dass wir da unterschiedlich waren, aber wir beteten darüber und hofften auf eine Antwort. Und dann bei einem Meeting mit einer Organisation sprach jemand und erwähnte Muslime in der Sowjetunion. Und das war ein Aha-Erlebnis für mich und für meine Frau. Und ich sagte mir, okay, das ist etwas, was wir uns ansehen müssen. Muslime, mit denen sie wirklich gerne arbeitete, und die Sowjetunion, in die ich wirklich gehen wollte. Es war eine Verbindung von zwei Visionen, die uns beiden gut gefiel. Dann fing ich an zu prüfen, welche Möglichkeiten es gab, in die Sowjetunion zu gehen und mit Muslimen zu arbeiten. Die Muslime lebten in den sogenannten Stanländern, Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadjikistan. All diese Stanländer, dort lebten die Muslime. Ich schaute mir das Thema näher an, ging zu verschiedenen Organisationen und suchte nach Informationen. Aber niemand, auch kein christlicher Dienst, hatte Informationen zu Muslimen in der Sowjetunion. Echt? Nicht einmal Open Doors. Man erwartet ja von solchen Organisationen, dass sie alles wissen. Und in England gab es ein kleines Institut, das Kaschen College, das drei oder vier Seiten über Muslime in der Sowjetunion schrieb. Als ich also meiner Frau erzählte, dass ich bei der Suche nur diese vier Seiten gefunden habe, war das für uns beide ein Zeichen, dass wir uns in dieses Thema einarbeiten müssen. Das war im Jahr 79, als wir verstanden, dass wir nach Zentralasien gehen wollten. Es gab dort nichts, keine Organisation hatte dort einen Dienst. Also versuchten wir, nach offenen Türen und Möglichkeiten zu suchen, um nach Zentralasien zu gehen. Und wir suchten weiter. Ja, das ist ja nicht so einfach, weil normalerweise hat man Sprachtraining, normalerweise hat man ein Training für die Kultur, für, ja, man bereitet sich vor, wohin man geht. Und wie habt ihr das gemacht? Das stimmt, das war eine der Schwierigkeiten. Wir bemühten uns um Stellen bei Universitäten und Organisationen, aber es gab keine, bei der wir in Zentralasien leben konnten. Mein damaliger Vorgesetzte, wir waren noch nicht bei Open Doors, fragte, wieso geht ihr nicht nach Pakistan? Dort gab es damals etwa drei Millionen afghanische Geflüchtete. Und einige dieser Menschen waren Usbeken und Turkmenen aus Afghanistan. Aber sie sprachen die Sprache der Muslime in Zentralasien, in der Sowjetunion. Also dachten wir, das klingt nach einer guten Idee. Es hat bei uns Klick gemacht. Dann haben wir angefangen, uns die Kosten anzusehen. Wir waren Missionare und lebten aus dem Glauben. Das bedeutet, man kann nur das Geld ausgeben, das auch auf der Bank eingeht. Einmal wollten wir frühstücken und hatten kein Geld und auch kein Essen mehr. Wir fragten uns, wie wir das überleben sollten. Und wir beteten dafür. Und dann kam ein Scheck per Post, der die Ausgaben für eine weitere Woche deckte. So fingen wir langsam an, von Gottes Versorgung zu leben. Das war in unserem Hinterkopf. Nach Peshava zu gehen, bedeutete, dass wir zwei unserer Kinder in einem Internat unterbringen mussten, was wir nicht gerne tun wollten. Und im Nachhinein betrachtet war es nicht die beste Entscheidung. Aber wir haben sie vor Gott gestellt. Und dann sagte plötzlich jemand, ich möchte jeden Monat 300 Pfund spenden, damit eure Kinder ins Internat gehen können. Das zeigte uns wieder, das ist ein weiterer Schritt. Wir können nach Peshava gehen, mit den afghanischen Geflüchteten arbeiten. Ganz besonders mit den Usbeken und Turkmenen und anfangen, die Sprache zu lernen. Und das taten wir. Ich bekam Usbekischunterricht bei einem netten, kleinen, alten Professor mit einem wirklich schönen, grauen, langen Bart. Er kam drei Nachmittage die Woche und brachte mir Usbekisch bei. Das war dann von Vorteil, als sich die Türen öffneten und wir nach Zentralasien gehen konnten. Wir konnten die Sprache schon ein wenig sprechen. Sagenhaft. Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt, wenn du sagst, Afghanen, die aber usbekischen Ursprungs sind? Genau. In Afghanistan gibt es viele verschiedene Volksgruppen. So wie es in Europa viele verschiedene Volksgruppen gibt, in Deutschland, in den Niederlanden. Es ist also eine ziemliche Mischung. Und in Afghanistan gibt es im Norden die Turkmenen, die Usbeken und die Hazara. Und weiter im Süden gibt es die Pashtu und einige andere große Gruppen. Wegen des russischen Krieges zu dieser Zeit gingen viele von ihnen als Flüchtlinge nach Pakistan. Und es gab spezielle Lager für Usbeken und Turkmenen, wo sie lebten. Wir konzentrierten uns auf sie. Okay. Das heißt, ihr seid zu zweit dort hingegangen und ihr habt beide dann diese Sprache gelernt, deine Frau und du. Die Kinder waren auf der Boarding School. Und wie war das, da anzukommen und sich in diese Kultur hineinzufinden? Das ist ja auch schon sehr besonders. Das war es. Für meine Frau war es eine schwierige Zeit. Peshawar ist nicht Pakistan, ist nicht freundlich zu Frauen. Meine Frau war in den Jahren, in denen wir dort lebten, nicht sehr glücklich. Für einen Mann, der das Abenteuer liebt, sind solche Länder schön. Wir haben angehenden Missionaren beigebracht, dass man als Mann immer darauf achten muss, seine Frau nicht in eine Situation zu bringen, in der sie völlig unglücklich ist. Das ist eine Frage der Erfahrung. Wir bekamen ein Gefühl dafür, was für meine Frau Albtraumreisen sind. Wenn sie auf den Bazar ging, musste sie sehr auf ihr Verhalten achten, wie sie ging und dass sie sich von den Männern fernhalten musste, die plötzlich die Hand nach ihr ausstreckten. Diese Art von Situation, weißt du? Aber wir konzentrierten uns immer noch auf die Usbeken und die Turkmenen. Wenn wir also ein turkmenisches oder usbekisches Lager besuchten, merkten wir, dass wir es dort liebten. Man sitzt in einem Zelt und teilt eine Mahlzeit. Und diese Menschen haben so wenig. Und doch, wenn man sich das Essen ansah, machten sie aus nichts eine ganze Mahlzeit. Wir haben uns bei diesen Menschen immer so willkommen gefühlt, dass wir das Gefühl hatten, ja, deshalb sind wir hier. Zur Vorbereitung auf unsere Reise nach Zentralasien. Habt ihr euer Herz verloren an dieses Volk? Oh, das sind wunderbare Leute. Wir haben im Laufe der Jahre viele Zentralasiaten kennengelernt. Nach unserer Zeit in Pakistan konnten wir nach Zentralasien ziehen. Und wir haben so schöne Freundschaften mit den Menschen aus Zentralasien geschlossen, vor allem mit den Völkern, die wir schon kennengelernt haben. Aus dieser Zeit, ich stelle mir das immer so ganz praktisch vor, du kommst jetzt da so in einen Camp. Und sie kennen dich überhaupt nicht. Ihr kommt da jetzt an und sprecht mit ihnen erst einmal und freundet euch so ein bisschen an. Aber wie kommt es dann auf den Glauben? Wie kommt das Gespräch auf den Glauben? Wie reagieren sie? Wie schnell hast du gesehen, sie reagieren auf Gottes Wort? Eigentlich ist es für die Menschen in Zentralasien und im Nahen Osten sehr einfach, über Gott zu sprechen. Hier im Westen ist es ein anderes Thema. Wenn man Gott zur Sprache bringt, heißt es, man solle das nicht tun. Das ist ja etwas Privates. So etwas tut man nicht. Aber es ist dort ein Teil des Lebens, dass man einfach sagen kann, Gott hat mir das gesagt und ich habe das in der Bibel gelesen. Solange du nicht in die Richtung gehst, du musst an Jesus glauben. Denn das kommt nicht gut an. Aber wenn du über deinen Glauben an Jesus sprichst, dass du betest, Muslime beten fünfmal am Tag. Sie wissen, was Gebet bedeutet, auch wenn es eine andere Art, eine vorformulierte Art ist. Wir beten anders, aber es ist nett. Wenn wir Besuch hatten, haben wir um Segen für das Essen gebetet, sogar in Restaurants in der Öffentlichkeit. Manchmal stand ich auf und bat um den Segen für das Essen und oft kamen die Kellner zu uns und sagten, das war ein so schönes Gebet. Man merkt, dass man über spirituelle Dinge sprechen kann. Aber wenn wir über spirituelle Dinge sprechen, ist es anders als bei ihnen. Dort ist es eine Art zu leben. Man hat es gelernt. Man muss fünfmal am Tag beten. Man muss fasten. Dies tun. Das tun. Und bei uns kommt es von Herzen. Es gibt also einen anderen Inhalt. Aber sie sind glücklich. Wenn wir für Essen gebetet haben, waren sie glücklich. Meine Frau bereitete Geburten vor und nach und brachte Frauen des Stillen bei. Und als dann ein paar Familien ein Baby bekamen, kamen sie zu uns. Speziell zu mir, weil ich der Mann war, weißt du. Und dann fragten sie, kannst du unser Baby segnen? Diese Art von offenen Türen ist so ermutigend, weil man weiß, dass die Menschen an geistlichen Dingen interessiert sind. Ihr habt euch also gar nicht versteckt, sondern ganz offen euren Glauben gelebt. Man kann sehr offen sein. Das ist das Gute daran. Hier im Westen versucht man manchmal zu verbergen, dass man ein Christ ist. Wenn man auf Geburtstagsfeiern geht, versteckt man das Kreuz hinter seinem T-Shirt, um niemanden zu verärgern. Aber dort drüben ist es normal, dass man in irgendeiner Form Christ ist. Jeder Weiße ist quasi Christ. Wir hatten große Diskussionen darüber, denn aus unserer Sicht sind viele Weiße keine Christen. Es ist also eine schwierige Sache. Das ist also etwas, was wir oft erklärten, wieso wir anders waren als andere Weiße. Für mich klingt es so danach, dass ihr Menschen zu Jesus gebracht habt, indem ihr eure Kultur als Christen ganz natürlich dort mit hineingetragen habt. Weniger dieses Evangelisieren klassisch, so wie wir das manchmal beigebracht bekommen, sondern einfach so ganz natürlich gelebt. Das ist das Problem. Der christliche Glaube sollte nicht vom Alltag getrennt sein. Es sollte ein Teil davon sein. Wer man ist, weißt du, ein Teil davon, was man tut. Es sollte natürlich sein, an Gebet zu sprechen. Etwa wenn jemand krank ist und du ihn besuchst, dann zu fragen, kann ich für dich beten. Die Leute lieben das, denn daran können sie sehen, dass du anders bist. Und dass dein Glaube an Jesus echt ist. Es gibt also eine Menge Gelegenheiten dafür. Ich laufe manchmal mit Gebetsperlen herum. Hier im Westen würde man sagen, wie kannst du muslimische Gebetsperlen tragen? Du weißt, dass dich das zu einem Muslim macht. Doch dort sehen sie, dass du damit arbeitest. Und für die meisten von ihnen ist es sowieso nur eine Beschäftigung. Viele beten gar nicht, vielleicht nur die Mullas. Es ist eine Spielerei, um einfach die Hände zu bewegen. Dass man was zu tun hat. Damit man etwas zu tun hat. Aber ich bete damit. Ein paar Mal saß ich neben der Umkleide, als ich mit meiner Frau einkaufen war und nutzte die Zeit zum Beten. Du, das mache ich mit meinem Mann jetzt auch. Wenn du in die Umkleide gehst. Ja, genau. Wenn ich mit ihm einkaufen gehe, gebe ich ihm jetzt einfach so. Ja, gib ihm Gebetsperlen. Ich saß also da und es passierte ein paar Mal, dass eine Person zu mir kam und fragte, beten Sie? Ich sagte, ja, ich liebe es zu beten. Sie fragen dann, oh, wofür beten Sie? Nun, im Moment bete ich dafür, dass Gott Sie segnet. Und bei manchen Leuten öffnet das die Tür. Andere gehen gleich wieder weg. Sie sehen Christen so. Ihr betet nicht, weil ihr nicht fünfmal am Tag in die Moschee oder in die Kirche geht. Wenn man also tagsüber offen betet, auch wenn es mehr ein Gimmick ist, hilft das den Muslimen. Sie beten tatsächlich. Sie sehen dann, ah, Christen beten. Ja, aber was sagst du denn zu Sachen wie Ramadan beispielsweise, wenn dann alle fasten? Du kannst ja jetzt nicht auch anfangen, oder? Ich habe mitgefastet. Okay. In den ersten Jahren, als wir in diesen Ländern lebten, sagte ich zu Muslimen, Freunden, deine Mutter ist zu alt, laut Koran sollte sie nicht fasten. Oder wenn die Frau schwanger ist, sie sollte nicht fasten. Nach dem Koran soll man nicht fasten, wenn man krank oder schwanger ist. Als ich das sagte, war die normale Reaktion, die ich bekam, fastest du? Damals musste ich sagen, nein, tut mir leid, ich faste nicht. Jedenfalls nicht während des Ramadans. Ich faste im Verborgenen. Das kann man nicht sehen. Ein oder zwei von ihnen fragten dann, was nützt das Fasten, wenn es niemand sehen kann? Das zeigt ein wenig den Hintergrund des Ganzen. Und sie sagten, du hast nichts zu sagen, weil du nicht fastest. Irgendwann habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich doch fasten. Und tatsächlich hat das Fasten wiederum die Türen zu Familien geöffnet, weil sie sahen, dass man fastet. Man isst mit ihnen zusammen eine besondere Mahlzeit, am Ende des Tages oder manchmal zum Frühstück, um vier oder fünf Uhr morgens. Sie sahen, dass man es ernst meinte. Und dann konnte man sich austauschen. Schaut, ich faste, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Und dann, wenn die arme Mutter krank ist, kann man sagen, deine Mutter ist krank, sie sollte nicht fasten. Und wenn sie entgegnen, fastest du? Ja, ich faste. Okay, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Du siehst, das öffnet Türen. Es gibt ja eine Glaubwürdigkeit, sozusagen. Ganz genau. Und dann dachte ich irgendwann, naja, diese 30 Tage Fasten, das ist doch ein bisschen Zeitverschwendung, oder? Man wacht sehr früh am Morgen auf und hat kein Essen, man lässt die Mahlzeiten aus. Also habe ich mir überlegt, wie ich meine Zeit währenddessen gut ausfüllen kann. Und ich dachte mir, das ist eine gute Zeit, um in der Bibel zu lesen. Schön. Also saß ich morgens während des Frühstücks und anderthalb Stunden lang um zwei Uhr, drei Uhr morgens und las in der Bibel. Ich las sie in 30 Tagen durch. Wenn die Leute dann fragen, was machst du denn während des Fastens? Ich baue eine Beziehung zu Jesus auf und ich lese in der Bibel. Klasse. Oh, ich lerne so viel von dir. Ich liebe das wirklich. Ganz toll. Danke. Und ich spule nochmal zurück eben jetzt zu Pakistan. Wie ging denn das dann weiter? Seid ihr lange in Pakistan geblieben? Wir waren dort um das Jahr 2000 rum, während des Golfkriegs. Ja. Ich weiß nicht mehr, 2000, 1991. Also wir waren dann schon drei Jahre dort. Und zu Beginn des Golfkrieges gab es neben unserem Tor ein Zelt, wo sie Blutspenden für Saddams Armee sammelten. Wir fühlten uns dadurch bedroht und dachten, dass es vielleicht an der Zeit wäre, in eine andere Gegend zu ziehen. Wir dachten, Islamabad sei sicherer, weil so fuhren wir über Nacht nach Islamabad. Und das war genau in der Nacht, in der der Golfkrieg begann. Das wussten wir damals nicht, aber anscheinend flogen zu dieser Zeit Raketen über uns hinweg. Und dann zogen wir in ein Haus von Teammitgliedern, die es für sicherer hielten, nach Neu-Delhi zu gehen. Wir wohnten also in ihrem Haus. Und ein paar Tage später bekamen wir einen Zettel unter unserer Tür hindurchgeschoben. Darauf stand, wenn ihr nicht sofort geht, werden wir euch töten. Unterschrieben mit dem Blut von Saddam. Und das war für uns ein Zeichen. Vielleicht will Jesus, dass wir ein paar Monate nach Hause gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sollen wir es tun? Alle Flüge waren ausgebucht. Und wir mussten zwei Flüge von Islamabad nach Karachi und von Karachi in die Niederlande nehmen. Und auf beiden Flügen, die wir prüften, waren noch fünf Plätze frei. Gott sei Dank. Wir wussten, wir müssen in die Niederlande und dort ein paar Wochen bleiben. Und was dann passiert ist, darüber sprechen wir das nächste Mal. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn du dich auch freust, dann schalt einfach wieder dazu. Nächste Woche um dieselbe Zeit oder wann immer es dir passt. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin www.operober.de www.operober.de